Willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario Sticker Star. Nun wollen wir dem dritten Körperteil von Wickler hinterher. Hier in Verschaukelfahrt. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Level nun ist. Hier in Welt 3 ist es ja sowieso sehr interessant, da jedes Level komplett anders aufgebaut ist, sehr, sehr speziell sind. Und ja, im Ernst, das Segment spielt hier, hier gibt es eine, hier gibt es ja eine tödliche Falle nach der anderen. Ja, anscheinend. Und wir haben hier auch endlich mal Blooper auf der Overworld. Hatten wir bisher noch gar nicht. Und hey, erstes Schlag. Ich weiß nicht, wie ich den bekommen habe, aber ich habe ihn bekommen. Yay. Wir haben natürlich auch hier wieder eine Geheimtür dabei. Aber darum kümmern wir uns erst später. Schauen wir erstmal, wie wir die beiden besiegen. Am besten mit einem Seriensprung. Kriege ich da auch beide besiegt, das wäre natürlich sehr, sehr toll. Aber nein. Aber ich habe doch schon gesehen, wir haben abgenutzte Sticker mit dabei. Ich weiß nicht, woher ich die habe. Wahrscheinlich vom letzten Level. Okay. Gift stört beim Zielen. Das finde ich jetzt aber sehr, sehr unfair. Sind wir jetzt permanent vergiftet? Nee. Da ist ein abgenutzter Sprung. Der sollte reichen, würden wir treffen. Okay, das haben wir mal abgewehrt. Sehr schön. Können wir jetzt wieder nochmal angreifen? Ja. Aber ich habe nur noch einen abgenutzten Hammer. Der wird nicht aus... Oder der wird nicht treffen. Dann nehmen wir halt den Eisensprung. Weil einen normalen Sprung habe ich gar nicht mehr. Na gut. Ist nicht so schlimm. Der Blupper ist besiegt. Okay, da ist mal wieder so eine Plattform. Da müssen wir auch hin. Dann gehen wir mal da rüber. Zack. Upsala. Das war irgendwie fail. Dann kann ich von dort aus nicht drüber sprengen. Schade. Hätte ich gedacht. Dann gehen wir da... Oh, was ist denn da hinten für ein Gift, was da austritt? Uiuiui. Hier sind natürlich sehr, sehr viele giftige Gegner. Aber irgendwie... Ich muss doch da zum Wicker-Segment hinkommen. Vielleicht wenn es ganz oben ist und jetzt so? Nee. Das reicht nicht. Kann ich hier auch was papärisieren? Da hinten. Warum kann ich da hinten was papärisieren? Achso, damit das Gift da ausgeht. Achso. Na gut. Verstehe. Na gut. Dann gehen wir erstmal ganz normal weiter. Wir können uns ja um Wicker dann immer noch kümmern. Och nee. Nicht ein Ninji. Weg hier. Auf die habe ich gar keinen Bock. Aha. Hier mit dem... Ich sag mal... Boot. Na gut. Boot ist das nicht. Ein Baumstamm. Da kommen wir dann rüber. Aber... Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, Mario hemmert noch ein paar mal drauf. Auch wenn das Risiko... Ey. Besteht, dass wir... Untergehen. So, wann kommt das Boot wieder? Ich riskiere jetzt mal hier runter zu gehen, weil ich möchte den Sprung haben. Und natürlich... Greift und sniffelt hier an. Na gut. Dann... Den Sprung, den wir gerade bekommen haben, kann ich hier gleich wieder einsetzen. Und der reicht nicht mehr aus. Na toll. Das war eine dumme Aktion von mir. Eine sehr, sehr dumme Aktion. Okay. Und super reicht ein Glück aus. Ach man. Das war sehr, sehr dumm von mir. Mein Herz. 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 Danke. Achtung. Blooper. Der ist weg. Okay. Okay. Wo ist denn das Wiggler-Segment jetzt hingelaufen? Ich sehe es nicht mehr. Da geht... Ja. Wahrscheinlich da weiter. Und ich habe kaum noch Herzen. Das gefällt mir nicht. Da ist es. Und was ist da rechts? Ist das ein Herzteil oder ist das... Oh. Heilungsblock. Oder ist das auch was anderes? Wie zum Beispiel so ein Power-Stern, aber... Hm. Keine Ahnung. Oder vielleicht ist das so schon der Sticker-Stern. Kann alles sein. Hier hast du mal ein bisschen Vorrat aufgefüllt. Sehr schön. Dann komm du mal hierher. Wieder zwei Blooper. Die kriegen wir doch hoffentlich hin. Erstmal den ersten Blooper mit einem Sprung. Den zweiten Blooper 14 KP. Mal sehen. Vielleicht da Hüpf-Puschen. Ich denke mal den kann man dann mal hier einsetzen. Ah. Schön. Schön Mario. Dann hier. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ein. Neun. Zehn. Maximal zehnmal kann man dann draufspringen. Das heißt, bis zu 20 KP schaden. Das ist schon mal ganz gut für einen normalen Sticker. Wenn man das mit einem Sprungsticker vergleicht. So hier ruhig mal hier rüber. Da unten ist tatsächlich ein Herzteil, aber... Oder ein KP+. Aber wie soll ich da runterkommen? Man sieht es... Man hat es gerade ganz leicht gesehen. Warte, warte. Ich stelle mich hier so hin. Da. Ne. Das ist... Ist das ein Herz? Ein KP+. Ich weiß es nicht. Und gleich wird uns der Ninja ange... Aha. Da unten ist die Tür. Ich dachte ich kann hier das wieder zukleben. Aber ne. Die Tür habe ich gar nicht mal gesehen. Ja mein. Dann ganz schnell hier runter. Ganz schnell hier runter. Ja, ist doch jetzt so gut hier. Och ne. Aber da flüchte ich jetzt. Auf den habe ich gar keinen Bock. So. Ich wollte jetzt auch geheimt hier, weil ich wissen möchte, was sich hier drin verbirgt. Okay. Zwei Fragezeichenblöcke. Also zwei Color Sticker. Oder halt auch nicht. Aber trotzdem drei gute Sticker. Und hier drei Glitzer Sticker. Ja, ist doch schon mal nicht schlecht. Eine sehr gute Ausbeuter. Dann muss ich irgendwie wieder hochkommen. Na, toll. Ja, das ist einfach nur ein Herz. Kein KP+. Oder so. Und habe ich noch einen normalen Sprung? Ne, dann fliehe ich. Dann fliehe ich. Ach man. Tschüss. 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 Ja. Dann habe ich eine kurze Zeit, wo ich nicht getroffen werden kann, oder beziehungsweise angegriffen werden kann. Und dann geht es hier nun weiter. Und das war wirklich nur ein Herz. Obwohl hier ein Herzblock ist. Hier ist ja an sich nichts. Ne. Okay. Na ja, den Ninja da drüben muss ich halt leider besiegen. Der stört mich da in meinen Arbeiten. Oder bleibt er da hinten? Der bleibt da hinten. Das ist doch auch ganz gut. Ach so. Okay. Das macht natürlich Sinn. Weil nun kommen wir hier weiter. Achtung Mario. Der Boden ist sehr, sehr giftig. Ich gehe mal hier lang. Ah, eine Feuerblume. Und da vorne ist das Wiggler-Segment. Ja. Und da müssen wir wohl da erstmal hin. Der wird eh abhauen. Der wird eh abhauen. Auch wenn wir ihn bis zum Ende des Levels begleiten. Und da ist ein Stern. Aha. Ja gut. Aber macht der Stern da wirklich so tolle Sinn? Eigentlich nicht. Man kann halt die ganzen Gegner besiegen. Aber das muss jetzt auch nicht sein. Am Anfang des Let's Plays war ich ja auch noch so, dass ich wirklich jeden Gegner besiegt habe. Aber ich habe so... Moment mal. Ich bin falsch. Und jetzt springe ich noch da runter. Nein. Moment mal. Das ist ein Keimgang. Das ist ein Geimgang. Einfach so. Äh, das... Würde ich jetzt schnell mal überprüfen. Och Mann. Ähm, Leck? Ja, moin. Ja, moin. Einfach ein Kp+. Das habe ich jetzt nur gesehen, weil ich da runtergefallen bin. Was für ein Glück. Da will ich nicht wissen, wie viele Kp+. Wir schon übersehen haben. Allerdings, wir werden in diesem Let's Play alle Kp+. Sammeln. Alle, die es gibt. Ist ja ein 100% Let's Play. Also gehört das natürlich auch dazu. Wenn ich mal eins wirklich übersehen habe oder so, ja gut, dann hole ich das irgendwann nach. Ich weiß momentan nicht, ob ich schon irgendeins übersehen haben, gehabt habe, wie auch immer. Aber, ja. Irgendwann werde ich vielleicht so eine Prüfung machen oder generell mal nachschauen. Aber so an sich bin ich ja eigentlich auch ganz gründlich mit den Leveln. Ich schaue mir ja wirklich alles an. Oh. Der Arme. Ich bin hier hinten. Aber der kommt in unsere Richtung. Warte. Nein, nein. Das war falsch. Das war falsch. Ich hätte das vielleicht abmachen sollen, während ich auf dem Boden bin. Aber gut, hier kann ich nichts machen. Aber er kommt zu uns. Er kommt zu uns. Ey. Und da hinten stoppt er. Ist ja klar. Und unser Boot ist auch schon weg. Komm her, komm her, komm her. Ja, ähm, bei Oden hat mir hier ein aktiver Pokémon-Kommentator, zum Beispiel, oder halt auch generell, bei anderen Let's Plays, hat mir in die Kommentare geschrieben, dass es doch eigentlich ein Lager gab für die Sticker. Ich glaube, ich kann mich da auch noch selber an was erinnern. Jetzt, wo er das halt schreibt. Müsste ich nochmal nachgucken. Und da brauche ich halt keine Sticker wegschmeißen. Aber manchmal ist es ja wirklich so, dass man im Level irgendwelches Sticker bekommt. Und man hat dann ein volles Inventar. Daher, man kann dann ja nicht so einfach schnell mal aus dem Level rausgehen und das dann machen. So, wie gesehen. So, ich mache mal hier die Feuerblume in der Hoffnung, dass ich den vorderen auch treffe und den hinteren auch gleich mal Schaden mache. Autsch. Das hat sehr viel Schaden gemacht. Ist nicht so schlimm. Ähm, anschließend werde ich mal mit folgenden Sticker mal angreifen. Äh, ja, ist erstmal eine gute Frage. Wir haben halt hauptsächlich nur Hammer. Einen Glitzer-Sticker würde ich nicht einsetzen. Aber ich kann mit einem Hammer ihn doch glaube ich nicht treffen, oder? Doch, kann ich. Na gut, dann gut zu wissen. Sonst hätte ich noch eine Feuerblume oder so eingesetzt. Wäre auch nicht das Problem gewesen. Hier kriege ich eine Eisblume. Okay. Ein Wurfhammer. Hier geht es weiter anscheinend. Ich möchte erstmal hier runter. Den Hüpf-Puschen mitnehmen. Aber erstmal gegen Blooper kämpfen. Ist nur einer? Ne, zwei. Okay, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ähm, ein Feuermar. Exzellent. Sehr schön. Tschüss. Da ich ja jetzt so weiß, dass man die auch so angreifen kann. Aber natürlich nur, wenn sie am Boden sind. Oh, cool, ein Sprung. Das ist sehr, sehr gut. Nimm mich noch mit. Nein. So. Jetzt müssen wir nur das Timing abpassen. So, perfekt. Hier rüber. Aber Moment mal. Da hinten ist noch... Was? Ich kann noch nicht weiter. Da ist noch ein Schwamm. Ist das ein Schwamm mit Gift gefüllt? Ich glaube ja. Da ist einfach mal hier rüber. Zack, zack. Ich kann nichts sehen. Ist egal. Ja, das ist ein Schwamm. Ja, cool. Beinahe übersehen. Ist auch so fies getarnt. Durch das ganze Gift. So, hier hin. Und kurz warten. Kurz warten. Und rüber. Nein. Shit. Da habe ich ein bisschen... Zu wenig gewartet. Jetzt. Aber mal wieder ein sehr interessantes und auch herausforderndes Level. Moment mal. Da hinten. Kann man da papyrisieren vielleicht? Nein. Kann man nicht. Vielleicht ist es ein versteckter Block. Ich möchte das herausfinden. Ah, da komme ich ganz schlecht hin. Ne. Das tue ich mir jetzt nicht an. Okay. Wir sind nun hier, wo der... Wo das Wiggler-Segment war. Moment mal. Ich komme da gar nicht hin. Der ist da in der Mitte. Das heißt, ich muss erstmal hier weitergehen. Kompliziert das Ganze. Ein Seriensprung. Sehr schön. Und was machen wir hier? Eine Treppe. Ist das der Bereich mit einem Herzblock? Nein, ist es nicht. Das ist jetzt ein anderer Bereich. Hä? Wo sind wir jetzt? Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Ach, hier. Aha. Okay. Da, wo wir vorhin gesehen haben, wir können da einen Sticker dran machen. Natürlich nehme ich hier den schlechtesten Sticker, den wir dabei haben. Einen abgenutzten Hammer. Brauchen wir nicht. So. Und jetzt hier rüber. Und dann sind wir da. Jetzt so runterzufallen, das wäre sehr belastend. Ja, es schließt uns an, aber das heißt noch lange nichts. Wir wissen das. Ähm. Wie, wo geht's denn überhaupt jetzt weiter? So, mal den Sticker-Kometen haben wir noch gar nicht gesehen. Nee, hier kann's nicht weitergehen. Ein, äh, etwas, was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist die Musik. Wie geil die ist. Und dann sind wir nur hier. Wie geil die auch zum Wald passt. Also das ist schon mehr mäßig geil. Generell, das Spiel hat so viele geile Tracks. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier zurück. Kann ja nicht sein. Hallo, hallo, hallo. Ja gut, ich füge mir auch irgendwie selbst ins Schaden zu. Bisschen dumm von mir, aber naja. Ich gehe mal hier nochmal lang. Irgendwo muss ja ein Ausgang sein. Aha, und dann sind wir hier. Aha, aha. Ach, mal wieder ein Physi. Will ich die lieber. Mit einem Blooper zusammen. Ähm, ich könnte einen Seriensprung ausprobieren, aber ich bleibe dann lieber bei der Bloomer. Ah, ein Physi. Natürlich nicht Physi, sondern Ninji. Ich verwechsle die beiden jedes Mal. Meistens sage ich es richtig. Aber, ja. Es ist trotzdem ein bisschen Blasto. Komm, wir treffen, wir treffen, wir treffen. Nein. Boah, wir haben nur noch 24 KP. Sehr, sehr wenig. Die Musik ändert sich jetzt auch schon. Ähm, ein Hammer. Da reicht ihm gut aus. Daher kein Risiko eingehen. Komm, mal ein Herz oder so. Ah, ne. Schade. Och, und ich laufe da noch rein. Aber hier ist der Herzblock. Oh, das war sehr, sehr wichtig. Jetzt ist aber wirklich die Frage, wo geht es denn weiter? Aber dieses Secret sieht man auch nur immer ganz kurz. Hier waren wir ja schon überall. Oh, ne. Ernsthaft, ernsthaft? Schnell hier durch, schnell hier durch, schnell hier durch. Ah. Boah, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Da hinten kann es auch nicht weitergehen. Ich suche nach einem Ausgang, soll ich sehen. Moment mal. Ich bin hier falsch. Ich bin hier irgendwie falsch. Jetzt bin ich nur verwirrt als... Ach so, ja. Aber Moment mal. Hier muss es doch auch irgendwie weitergehen. Da mit einem Stern. Ich probiere mal den Stern aus. Da sehe ich einfach doch nur die Gegner, oder? Ja, da passiert nichts. Ne, da passiert nichts. Schnell hier wieder zurück, bevor der Stern aufhört. Hm. Jetzt sind wir an dieser Stelle wieder. Ah, ich denke, das führt zu keinem... Moment mal. Da hinten ist ja... Hä? Wie konnte ich... Das übersehen? Wie konnte ich das bitte übersehen? Na gut. Dann haben wir den... Stickerkometen. Fast. Wäre ich nicht dumm? Äh, wo soll ich denn jetzt hier hochgemacht haben? Boah. Aber das Wickler-Segment wird eh flüchten. Wir werden das erst im nächsten Part nach Hause bringen können. Und übrigens, das Level, was ich angesprochen habe, schon in den letzten Parts. Ich bin mir relativ sicher nun, dass es in einer der späteren Welten sein... Äh, da ist dann... Ich glaube, Welt 4. Hier ist ein besonderer Level, worauf ich mich schon sehr, sehr lange freue. Aber naja. Oh, hier gibt es mal kein Secret-Exit. Und tschüss, wir gleich sehen uns im Ende. Ja, war ja klar. Dann geht es im nächsten Part dann da weiter. Wir haben noch etwas Zeit. Bedeutet, ich würde vielleicht... Nochmal zwei Geheimtüren machen. Ja, Welt 1 haben wir eigentlich schon... Oder haben wir halt abgeschlossen mit den Geheimtüren. Nun bin ich hier in Welt 2, 1. Und um hier reinzukommen, müssen wir diesen Sombrero-Guy besiegen. Ja, das ist irgendwie jetzt schon fast nur teigig, kann man sagen. Äh, ja, daher wird er jetzt auch nichts Besonderes abbekommen. Ein Hochhammer für ihn. Diese Gegner sind eigentlich für uns schon längst Geschichte. Das Schöne ist, so manche lästige Gegner, wie zum Beispiel diese Pickelkäfer oder auch diese blauen Käfer, die kann ich einfach mit einem Hammer umbringen, ohne dass ich irgendwie einen Kampf ausführen muss. Das ist ganz gut. So, und nun hier eine Geheimtür. Wir werden diese Geheimtür machen und dann nur noch eine weitere. Und die anderen heben wir uns für später auf. Und das, was ist das? Eine Autobatterie? Ja, moin. So, hier am Rande der Yoshi-Sphinx, da ist die nächste Geheimtür. Ja, ein Glück hier relativ am Anfang des Levels. Also bei Welt 2, 1, da muss ich das ganze Level nochmal durchspielen, so gesehen. Das dauert seine Zeit, bis man endlich da angelangt ist. Aber für euch tue ich das doch gerne. Was versteckt sich hier? Aha, unser Fächer, so ein asiatischer Fächer. Papierfächer. Ja, gut. Dann geht es im nächsten Part weiter. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag und bye bye. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag.